Willkommen bei Time to Shape. Heute werde ich euch ein Sixpack Workout zeigen. Das ist in sich hat ein Super-Hit-Training. Dazu verwenden wir wieder den Intervall-Timer, stellen da unsere Intervalle ein und machen das ganze Training so, dass es wieder 30 Sekunden Belastung fünfmal hintereinander mit unterschiedlichen Übungen, die werde ich euch jetzt gleich vorstellen. Dann eine Minute Circle Pause und dann der nächste Circle und noch einer. Das heißt insgesamt sind es drei solche Durchgänge mit insgesamt fünf Übungen zu je 30 Sekunden. Die erste Übung, mit der wir beginnen, das ist Butterfly Crunchies. Und los geht's. 30 Sekunden, wirklich wichtig, nur den Bauch beugen, nicht Schwung holen. Und jetzt gleich Mountain Guide First. Wieder 30 Sekunden. So, nächste Übung. Hände unter das Gesäß, Beine heben und am Schluss raufrollen. Also richtig das Becken nach oben schieben. Und wieder Mountain Campers. Und wieder Mountain Campers. Und letzte Übung im Crunch drehen. Wichtig ist, die Schulterachse mit zu drehen. Nicht nur die Hände links und rechts, sondern wirklich Schulterachse mit drehen. Der Bauch bleibt ständig stabilisiert. Okay, jetzt eine Minute Pause und dann diesen Durchgang mit diesen fünf Übungen noch einmal. Wieder eine Minute Pause. Das Ganze nochmal. Wenn du diese Übungen richtig machst, dann wirst du sehr schnell Resultate merken. Probier es einfach aus und hinterlasse hier unterhalb des Videos dein Feedback. Bis dann. Bis dann! Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020